Land Ach so Ne warte ich vielleicht ein Checkpoint da vorne Ich hab Bock jedes Mal hin zu rennen Ja, das hab ich so schon gesehen. Den hätt ich gar müssen mitholen, ne? Doch, den brauchen wir doch nachher. Ja, ich hab dir jetzt einfach zur Seite rausgeschmissen wie ein Laufband. Ach so. Hab ich nicht gesehen, dass man das kann. Hallo, du Chaot. Hallo, du Nason. Oh, doch. Du musst auch den Knopf schicken, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ah, ich bohre nicht die Todwaffe. Hey, wackelt nicht an meinem Auto. Lass mal ein Auto stehen. Oh, da kann man sogar drüber springen mit dem Würfel. Komm, mach die Drecksarbeit. Ich wollte grad sagen. Mach die Drecksarbeit. Mach die Drecksarbeit. Halt. Jetzt rennt doch mal gerade aus und nicht mal links, rechts. Echt mal. Echt. Das war schwer. Ja. Das war echt übel. Mach du was. Du ist deins. Und ich mach das andere. Der greift sich da sogar dran, Kate. Ja, eigentlich hat er das noch ewig gemacht, aber jetzt grad will er nicht. Nicht halt so hoch. Kann das sein, dass du im Moment ganz schön backst? Ja, Bananenkuchen. Arschloch. Hätte ich das gewusst. Was das der Bananenkuchen macht? Ja, dann wäre er doch herkommen. Ja. Freut sich schon sogar, Mike, wenn jemand da herkommt. Endlich ist er kennt mich mehr allein. Endlich Bananenkuchen. Ja. Wie verrückt. Arsch. Ich bin nur darauf, dass die anderen auch in Among Us reinbringen. Mama, mach das. Mit mir. Oder auch nicht. Machen wir mal Backfest. Nein. Und wer backt? The Kate backt Bananenkuchen. Der kann nicht in Among Us. Ja, noch nicht mehr kommen wir aber. Hast du gedacht, hä? Nee, ich muss sowieso warten, weil die Wippe nämlich immer zu schief war. Ich beeil mich. Mama, du bist immer einer. Ah, nee. Ich hab beim Würfel drangehangen nur noch. Und so, jetzt hab ich extra gewartet und selbst dann... Krieg das nicht. Ruhe. Oh, jetzt aber. Also mal, wenn ich an die Kiste gehe und meine Machete Feinladung kannst du gar nicht aufgeben. Nee. Nee. Ja, natürlich kann ich das. Aber ich will ja selbst haben. Ich muss auch sagen. Ja. Ja. 2-0. Das ist schwer gegen den Geld. Das ist alles. 3-0. 4-0. 6-0. 6-0. 6-0. 5-0. 5-0. wir sind immer die letzten bei mir ich höre die dinge nicht mal ich dachte du redest mit der es nein ich habe mir gesagt ich dachte du redest mit doch bei uns im saarland sagt man das ist man die ja das man sie im handy das ist meins ich dachte ich dachte du redest mit der mandy deswegen habe ich gesagt so werde mir keine scheiß mach jeder geht ne zum kotzen kommt jetzt noch jemand oder sind wir vollzählig der leckten kommt gleich der ist doch schon drin in der party was hallo alle habe ich gar mitgegriffen ich habe ich auch nicht mehr gekriegt bei mir ist ja gar angezeigt genau bei mir schon bei mir auch nicht deswegen habe ich das ja jetzt sonst hätte ich jetzt nicht gesagt der alex kommt noch jawohl jetzt aber man aber dann geht wir können jetzt erst am morgen ausspielen entweder machen wir dann nachher die täglichen noch fertig oder du machst das du hast ja zeit jetzt